Bauen wir einfach mal eine Holzhahrke. So. Na ja, da brauche ich noch Diorid und Andi sieht, weil ich das wahrscheinlich erst fertig mache, wenn ich weiß, wie das da oben wird. Mal gucken. Nee. Nee? Nee. Nee. Ja. Hier wird warm. Das glöpig. Der feine Herr, die hat ja eine Klima an. Ja, die momentan aus ist, weil mir das zu kalt war. Kannst ja noch rausgehen, wenn der wieder war. Ja. So ungefähr. Och echt jetzt? Fuck you Minecraft. Egal wie, wenn man ein Schild über einen Erdblock setzt, den man gerade hier massakriert hat, ne? Hm. Wird das Ding natürlich drauf gesetzt? Wieder zurück gesetzt, also normal halt. halt. Hattest du hier jetzt die Truhe für Samen? Ja, am Feldesrand. Hier waren Eier. So. Hm? 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 Wo ist er denn? Hier am Rand vom Feld. An dem alten Feld noch. Achso. War doch der jetzt hier schon umgelabert. Nee, nee. Feld kannst du im Übrigen wegmachen. Ja, das wird ja nach und nach. Ich hatte das jetzt nur gemacht wie, äh, die paar Wasserblöcke, die hier noch sind, wegen den Karotten. Achso. Ja, kannst du wegmachen, weil ich hab Karotte und Kartoffelfeld fertig. Ja. Dürfte dann zuwachsen. Ähm. Ich plant erstmal alles, was ich hab, ne? Bitte? Ich sag, ich plant erstmal alles, was ich hab. Okay. Äh. Karottenfeld ist fertig. Also. Komplett. Schön. Reicht das für ne Truhe? Hast du noch zwei Holz im Inventar? Ja. Prost, gerade ähnlich. Okay. Ich bin noch so ein bisschen planlos, was ich machen soll. Ja. Wie ich ehrlich bin. Und zwar eigentlich die Rinder züchten, aber... Aber? Aber vielleicht dann wieder Bock. Was? Ja. Und die haben wieder Bock. Klick, 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 klick. Sehr gut. Und hier haben wir auch klick, 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 klick. Ja. Manchmal ist das so. Ohne Spaß. Jedes Mal, wenn ich in dieses Gehege reingehe, wo du ein Blümchen hab, ne? Bei mir auch. Na gut, gehen wir noch ein bisschen buddeln. Hab ich wenigstens zu tun. Ich muss mal ganz schnell zu Lava hin. Ich hab ne giftige Kartoffel. Sie muss verbrannt werden. Oder willst du die snacken? Ne, ne. Geht doch. Mein erster Distanz-Kill. Oh. Mit dem Bogen. Ja komm, Zombie. Oh Gott. Hier sind nochmal jetzt noch nichts. Ich muss weg. Zombies klatschen. So. Da waren glaube ich 4 oder 5 zombies mal eben. Okay. Holododo. Ähm, das. Da lieg ich mehr drin. Holztruhe auffüllen. Erdruheramschkiste. Hier ist Holz. Ja, ne, ich hab nur das gesagt, was ich grad aufgemacht hab, deswegen. Ähm. Da war er. Ist klar. Tausend Kisten aufgemacht und die letzte ist dann. So ungefähr. Sollen wir die Wege... Ähm. Putteln. Wolltest du die so machen mit der Schaufel oder wolltest du irgendwie Steinwege machen? Ne, ich würde die so machen. Ja. Okay. Toll. Genau da, wo ich mir grad so überlege, wo der Weg lang gehen könnte, steht das Netaportal. Pfff. Ja, zur Not sitzt das um. Das ist ja ein Block hier unten, macht ja nichts aus. Ja. Diamantenspitzsacken, eine angefangene haben wir schon, ne? Ja. Ähm. Und du hattest doch vorhin Spitzhacken gemacht, ne? Ja. Die hier. Ne. Was denn? Die hier mit Stein. Ja. Okay. Gut. Ähm. Ich sag nur so viel. Ich hab mich mit nem Skelett gebettelt und ist ins Portal gelaufen. Pfff. Alles. Oh, jetzt ist es kaputt. So, die nächsten drei Folgen sitzt ihr dann hier dran, das Portal abzubauen, ne? Ja. Boah, es dauert trotzdem meine Spitzhacken so lange. Ey, da ist wieder Arbeit für dich. Ich hab Plöpp gehört. Bei den Hühnern. Ich laufe jetzt nicht jedes Mal hin, ne? Oh, ein neues Ei. Plöp. Noch ein neues Ei. Plöp. Hälfte hab ich gleich abgebaut. Wuhu. Plöp. 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 Ja, Spinner. So, komm Skelett. Dich ficke ich jetzt. Oder auch nicht. Bist du grad im Lagerhaus? Nein. Okay. Sonst hättest du dem Battle mitgehört von dem Skelett und mir. Plöp. Plöp. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Nicht wie Star Wars. Oh, ein schwarzer Creeper. Was? Bist du im Nähter oder wo bist du? Also nur Untertaner. Ein schwarzer Creeper. Creeper. Ein Creeper. Schwarz. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ich bis dato auch nicht. Oh, cool. Es gibt ja auch so Albino, komplett weiß. Die habe ich auch schon gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Und natürlich ganz klassisch Charged. Ja, schon klassisch. Da, wo es nicht stört, hinten. Hm. Mach was erst mal hier hin. Oh. So. Zack. Zack, zack. Knips. So. Portal ist wieder an. Le Portal ist le an. Wie machen wir das? Au, au, au. Bei den Wegen, wenn wir nach oben laufen. Treppe oder springen dann halt? Würde ich eventuell sogar Treppe machen. Hm, hm, hm. Da weiß ich auch schon, welche ich nehme. Er ist unter Tage. Er ist unter Tage. Da weiß ich auch schon, welche ich nehme. Pling, das war die erste Schaufel. Plop, hat er wieder gemacht. Plop, hat er wieder gemacht. Plop. Aber die versammeln sich auch generell an einem Tor, die Hühner, ne? Hm. Das ist... Ich glaube, die genau wissen, dass die raus müssen. Das ist auch quasi eine mega geile Fremdenthaltung hier. Quasi. Wurde er zu eingeschränkt. Richtig. Ha, kein Hühnchen abgehauen. So, die Eier wieder wegpacken hier. Ja, also die eine einzelne Truhe ist gleich voll. Mit Eiersens. 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 Kann ich hier... Ei-Eiersens. Ei-Essens. Ja, die Karotten und die Kartoffeln wachsen eher hoch. Blöd ist nur, dass man unter dem Zauntor kein Dingsick kloppen kann. Ja. Ich weiß, was du meinst. Dass du da dein Wegchen machst. Oh.